UNTERTITELUNG Scheiße! Komm schon, Mann! Feuer frei! Dieser Krieg findet auf unseren Bürgerstreiten statt. In unseren Gärten. Du bist kein Mann, wenn du keine Sache laufen hast. Ich biete dir einen Job, für den du dich nicht schämen musst. Du hast die Möglichkeit, da reinzukommen. Lass mich, ihr Arschlöcher! Wenn er nutzlos ist, gebe ich ihm beim MI5 ab. Ich schwöre es, ich bin drin. Was hast du gut gemacht? Lass dich nicht umbringen. Immer wenn du weg bist, frage ich mich, ob ich dich das letzte Mal lebend sehe. Wir haben ein Kind, Martin. Das ist der Marty, von dem wir alle erzählt haben. Ich glaube, Martin gefällt seinen Job. Damit kann man die ganze Stadt in die Luft fliegen lassen. Am Donnerstagabend findet eine Übergabe im Hafen statt. Irgendwie fliegt gar nichts in die Luft, wenn du in der Nähe bist. Zieh was Figurbetontes an. Sie haben gesagt, ich würde Leben retten, richtig? Der Preis für ein Gewissen ist der Tod. Das kann sich keiner von uns leisten. Hey! Lass mich! Willst du mich heiraten? Geht das in ihr Hirn? Lass mich! Deinetwegen werden unzählige Tote weiterleben und Großväter werden. Ja, ich habe den Kopf. Täusper! Der Preis. Wirklich? Der Steinklater.